Du machst nur den Teil, den du wirklich liebst. Denn das ist sowieso der einzige Teil, den du gut kannst. Zweitens erwarte nicht, dass du damit Geld machst. Das bedeutet, dass du Biologie eine Woche lang studieren darfst und dann das Fach wechseln. Und dann wieder wechseln. Es gibt einen guten Grund, weshalb Scanner sich so verhalten. Und Scanner und die ganzen Leute um die Scanner herum meinen, mit denen wäre was nicht in Ordnung. Und ich habe sogar Leute, die mir auf Facebook schreiben, sagen Dinge wie, ich kann nicht eine Entscheidung machen, ich bin ein Jack von allen Trades, ein Master von nichts. Ich bekomme heute noch Mitteilungen auf Facebook von Leuten, die immer noch sagen. Also es bricht mir das Herz, es macht mich kaputt. Ich bringe nichts zu Ende, ich kann mich nicht für eine Sache entscheiden. Ich bringe nichts zu Ende, ich bin ein hoher. Ich bringe nichts zu Ende.